und der Heimlichkeitsmann 3 4 ich hab ich hab auch es war auch ein Grund wie sie auch ich war wieder fest ich bin der Stuttgart jedenfalls bei Terrain zu und Backe die 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 das ist und was hat es denn noch ich bin tot das war ja es ist Mann als Frau egal ich habe genug Blöcke für die Mitte Prozent Kürtel Kürtel und nicht fliegt fliegt schnitt sie ein Ziel gaben so stark ich glaube ich nicht mehr und so groß 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 ist in der Welt ich habe nicht genug Blöcke ich komme wieder zurück weil ich habe mein Kühler gar nicht an glaube ich wo die Hochschule er war die Gebäude ich noch aber ein Kühler geht nicht an hallo das ist mein Freund der spielt ohne Kühner die Augen und guck mal da umspont ja auch ich bin gerade runtergefallen weil ich mein Kühler gerade einstelle das habe ich ja auch trainiert falls ich es nicht bewusst habe mein Kühler geht nicht ja geil ich schäbe mein Laptop gerade ah doch er kühlt ok jetzt geht es gleich bist du an der Mitte? dann guck ich mit dem Bogen und dann mach ich alle weg ok Fittes Gold oh Gott oh Luca wird schon angegriffen ich gehe direkt auf den drauf alter ist richtig ehrenlos scheiße ich bin schon wieder runtergefallen vor allem neben mir neben mir ist so eine Dinges wo ich immer drauf haue wenn ich mich aufrege und die ist schon durchgebrochen was ist durchgebrochen? ey geht mir das Eis und dann kann ich mir voll was umholen äh ja und jedenfalls Parkmannschaft um an Karte tot zu bringen das stimmt die meisten Sachen muss sich ja karten sie zum Beispiel wie es einkaufen das auch nicht ausgabend aber aber jedenfalls wenn ich jetzt hier abkürt wenn das Leben ich bin auch in das war ein Bruder der schlägt Hunde Mika hat 6 Hunde aus Versehen immer wenn du Hunde schlägst, schlägt automatisch Skies Falls ihr jetzt nicht zeigt Skies, so heißt der Hund und noch es ist ein zweiter Prozent der 2-2-1 noch gar nicht gut an ich bin also jedenfalls ich hoffe ich weiß noch mal ich bin 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 aber es ist es ist es ist ja es war in der Basis ich muss nicht ausmachen das war also die letzte ich hoffe dass ich diesmal die Karte Das ist Mika. Mika, warum schlägst du Hunde? Warum schlägst du Skys? Nein, Skys haben sie selbst. Sie töten sich selbst, sag dir. Du schießt aber mit Pfeilen. Ja, aus Versehen. Ja, aus Versehen, ist klar. Oh, ich schlag dich. Och, du bist in meine Forst gerannt. Ich bin ein Mann. Ja, Herr. Genau so, ich hab dich mit Messerschnochen. Ich hab dich mit Messerschnochen, war aus Versehen. Ja. Hoppala. Ich hab ein Messer in der Tat, du bist reingelaufen. Ich kriege es direkt ins Team. Oh, gut. Ich sitze hier mit voller Krupp. so auch das es geht nicht in Kälber und okay er keine Ahnung ich hoffe man nicht locker weil der Lebt noch aber ich hoffe ich nicht mehr lange ich gehe jetzt obwohl ich erst mal in Geld die Züge klar auch ich weiß auch wenn er hat das seit einem Jahr als in der Klinik ja und aus dem Tüttelstunde das ist schon eine Straftatung und er hat schon wieder runter geschossen da auch da auch was man hat geschossen ich hab's ganz klar gehört ja angeblich sind er die Hunde sind in seine Fallen gerannt er kann nichts für die Welt da noch nicht so ein bisschen es hat ja aber ich will es bei den gelben Kerl habe ich gemacht er hat das Spiel verlassen was nicht was für ja gut drauf aber das ist ein zweites ja das ist Prozent erliebt die Stoß sie Prozent und KM es ist die sie das mit Geld Prozent er hat das ist wichtig dass er kommt und zumindest weg ihn bei der Kälte der Anweser der Kälte okay ich versuche es zu kennen ist der Kürz ein Eisenschwerer zu sein also bis zu der Kürze der Kürzungen er geht das zu uns oder alle geht er nicht geht er auf ich habe mich mal nach Hause wer weiß ich bin ja ich glaube ja ich wollte mich nach Hause Arbis die Stadte da bis zu den Locker-Königungen okay das war's ich kann jetzt auch das ist das ist das ich bin hinter dir, wenn du es nicht schaffst. Du bist nicht hinter mir. Nee, ich bin, ich begehe gerade zu blau. Ich habe gerade zu blau. Ja, warte, ich bin, ich habe mich ja nach Hause geportet, weil du mir ja gesagt hast, dass der... Er hat schon wieder einen Hund geschlagen. Warte, wenn ich den dann... Oh, guck dir das an. Ich habe aber irgendwie reduziert. Okay, geil, jetzt müssen wir noch länger warten. Okay. Wo ist der überhaupt? Hat der sich jetzt auf... Der hat sich hochgesteckt. Glocke, wie der es erzählt hat. Katzen, bitte, schattet den Chat. Beleidigen, während ich mich zu inbauen. Ich habe eine Hand, der mit Diez. Ich habe eine Hand, der mit Diez. Ich komme unter dir hoch. Ich habe eine Hand, der mit die Brüste ruft. Ich habe eine Hand. Ich habe es auch wieder... Speed-training-Emboter. Ich habe was zu tun. Okay. Jedenfalls, das war's dann. Wir haben... Ich kann jetzt aufnehmen, Deswegen erklärt, ab Ostern kann ich wahrscheinlich aufnehmen, weil ihr zu mir kommt. Das war's dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.